Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Heute ausnahmsweise mal wieder alleine. Aber ich verspreche euch, in der nächsten Runde ist Bex wieder dabei. Ähm, ja. Und heute spiele ich mal mit Mech. Ich dachte mir ein bisschen Abwechslung ist bestimmt mal ganz gut. Hey, warum hockst du da so? Hast du was gehört? Hm. Ach, ich will auch einen Toten machen. Oh, okay, 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 eine Kettensäge. Ähm. Äh. Oh, oh Gott, okay. Nicht dahin. Nicht dahin. Wir gehen mal lieber woanders hin. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, hier hinzugehen. Wir gehen vielleicht lieber nochmal woanders hin. Okay, wir machen erstmal eine Kiste. Erstmal eine Kiste. Gott, ich lasse ihn das nicht hören. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du hörst es nicht. Du hörst es nicht. Du hörst gar nichts. Okay, gut, der ist scheinbar sehr fokussiert. Oh. Ähm. Oh. Äh, okay. Einfach ganz normal gehen. Wir tun einfach so, als wären wir nicht hier. Oh! Als wären wir nicht hier. Und rennen jetzt ganz schnell weg. Und das sind ja noch genug andere Überlebende. Die will ja bestimmt sowieso jetzt lieber haben. Ganz genau. Äh, ja, okay. Da jetzt alle irgendwie auf diesem Fleck sind, würde ich sagen, gehen wir mal irgendwo einen Generator machen. Ist hier bitte irgendwo ein Generator? Das fände ich jetzt ziemlich schön. Okay, hier ist keine Laute so ein Scheiß. Ist das sinnvoll? Oh Gott. Nein, da wird... Okay. Oh Gott, was tue ich denn? Ich bin schon zu doof, um mit dieser Runde überhaupt anzufangen. Ähm, alles klar. Okay, wisst ihr was, liebe Leute? Wir gehen jetzt einfach mal hier hin und heilen uns einfach schnell mal. Einfach erst mal heilen. Okay, ist nicht mit dir in den Keller gegangen. Das ist schon mal gut. Und ich hab noch nichts Produktives gemacht. Das ist nicht gut. Egal. Egal. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Runde. Okay, sehr gut. Okay, wir gehen jetzt einfach zu diesem Generator hier. Ist jetzt auch egal. Wir müssen einfach mal irgendwas machen. Wir machen jetzt diesen Generator. Das habe ich jetzt beschlossen. So, dieses Totem sah mich ja auch irgendwie so an. War da gerade eine Verletzte? Da war gerade eine Verletzte, oder? Bin mir nicht sicher. Naja. Ha, voll guten Fähigkeitschecks hier. Normalerweise schaffe ich das nicht so gut. Und irgendwie erscheint den Killer ganz gut hinhalten zu können. Das ist auch sehr gut. Gut, vielleicht sind wir doch noch nicht verloren. Okay, vielleicht sind wir doch verloren. Nur gern krass. Ich würde gern diesen, diesen Dingszettel machen. Ah. Oh. Oh, oh. Oh, scheiße. Wieso habe ich das Gefühl, dass er gleich herkommen wird? Ich weiß es nicht. Oh. Hier scheint doch nicht hier hin zu gehen. Okay, er hat die Nähe erscheinbar, oder? Nee, da ist er nicht. Okay, keine Ahnung, ob er hat. Auf jeden Fall nicht mich, aber das ist gut. Vielleicht haben wir zumindest mal einen Generator fertig. So, und die war jetzt an dem Generator dran. Ah ja. Oh ja, der ist ja auch schon ziemlich weit. Ach, da ist sie sogar wieder. Jo, näher, was geht? Ach so, ja stimmt. Irgendwer sollte sich vielleicht mal holen. Oh Gott, was tue ich denn? Oh Gott. Ich habe das gerade überhaupt nicht mitbekommen. Oh Gott. Oh. Naja. Ich werde unser ganzes Team in 2D-Arben reiten. Scheiße. Wobei, das ist nicht die Nähe, oder? Oder? Okay, okay, die wird geholt. Sehr gut. Ja, aber irgendwer muss ja auch hier Generatoren machen. Und ich bin ja so gern derjenige, der nur für die Generatoren zuständig ist. Okay, jetzt fertig, dann renne ich da mal hin. Okay. Wird schon wieder der Nächste angeschlagen. Ah, okay, Näher ist da. Okay, Näher rennt hin. Soll ich mich darauf verlassen? Äh, ich weiß nicht. Ja, sie ist schon quasi da. Also ich mache einfach mal weiter, würde ich sagen. Okay. Ist der Killer noch da? Ah, okay. Na gut. Immer wenn ich losrenne, ist es auch egal. Naja, wie auch immer. Ja, ich schätze mal, der andere wird gerade verfolgt. Irgendwie riecht sich das voll noch Knoblau. Riecht dir das auch? Oh nein, okay, ich weiß, was das riecht. Es ist nicht Knoblau. Also bisher habe ich, äh, zumindest Glück damit, dass ich selber noch nicht erwischt wurde. Andererseits ist die Folge dadurch für euch vielleicht ein bisschen nicht so spannend. Aber es ist nur eine Folge der Zeit, nehme ich an. Bis er bei mir sein wird. Okay, oh, er verfolgt eine. Ich glaube, ich mache den Generator trotzdem immer schnell fertig. Oder was meint ihr? Was meint ihr? Was soll ich tun? Nein, ich mache ihn schnell fertig, dann renne ich los. Ich mache den schnell fertig, ja. Oh Gott, ich bin so ein Anti-Mate. Oh, die andere rennt schon hin. Naja, dann bin ich halt der Generator-Mensch. Bin der Generator-Mensch. So, dann rennen wir auch direkt zum nächsten. Oh Gott. Äh, Baum. Okay. Jetzt bin ich wieder da, wo ich am Anfang gespawnt bin. Okay. Geh ich mal zu dem Generator hier. Oh, geil. Sehr gut. Ja, okay, vielleicht wird das doch ganz gut. Komm her. Okay, wir ziehen einfach das mal durch. Solange er sie da nicht aufhängt, ziehen wir, würde ich sagen, einfach durch. Sieht aber so aus, als würde die andere, würde die andere Fels verfolgen. Okay, ich gehe doch mal hin. Vielleicht schaffe ich es irgendwie, sie hochzuhalten oder so. Oh. Oh. Okay, er verfolgt sie, ja. Okay, er verfolgt sie weiter. Ich habe nur so einen kleinen Umweg hier. Ähm, okay. Oh, okay, cool. Ähm. Solange er mich jetzt nicht beim Tote machen hört. Oh. Okay, komm, Claudette. Ich glaube, Claudette war aber nicht die, genau. Claudette ist nicht geheilt. Claudette, warte mal, ich heil dich! Ich heil dich! Bleib doch mal stehen! Ah, sehr schön. Ja, krass. Ich würde kein einziges auf dem Killer verfolgt. Vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber solange ich rausgehe, bin ich glücklich. So. Und. Bitteschön! Ich will den Ausgang aufmachen. Nein, so ein Mist. Noch kommt mir jemand zuvor. Ah, okay. Oh, shit. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Richtung gehen. Oh, den Keller. Das ist klar, jetzt der Letzte, der kommt jetzt nochmal schön in den Keller. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen unsicher hier. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin nur ein Stein. Oh, fuck. Schiss. Ich komme nicht retten! Fuck. Da wird sowas von wieder hierher. Okay, doch, er kommt ja her, oder? Mädel, wo bist du denn jetzt hingegangen? Wo sind die jetzt hin? Und wer hat die sich so schnell geheilt? Okay. Okay. Okay, sie wurde geholt. Sehr gut. Ich gehe mal einfach noch mal Richtung Ausgang wieder. Okay. Oh, fuck. Wo ist die jetzt tot? Ich schätze mal, die ist jetzt tot, oder? Wir gehen, wir gehen erstmal zum Ausgang. Ah, oh. Hä? Hat er sie rausgebracht? Hä? Hat er sie rausgebracht? Ah, okay, gut. Dann gehe ich auch raus. Hm, okay. Ach, wo er sie jetzt geschafft hat, daraus zu kriechen. Wahrscheinlich hat sie das noch gerade geschafft. Hm, sehr cool. Ja, ich hätte echt gedacht, ehrlich gesagt, das ist mit der Scheißrunde. Ich bin vielleicht, was jetzt ist die allerspannendste Runde, aber ich fand sie trotzdem gut. Ja. Ja, leider wieder auf Rang 15. Es ist so traurig. Aber ich werde mich wieder hocharbeiten. Ich war ja mal bei Rang 8 und ja, das war einmal ganz kurz und dann war es nie wieder da. Und ich muss mal, ich muss noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen besser werden. Aber das wissen wir sowieso alle. Ja, und wie ihr seht, ich bin fleißig am Blutpunkte sparen. Es, äh, ja, ich brauche noch ein kleines bisschen, bis ich auch nur annähernd an ihr eine Million komme. Ähm, ja, aber es muss ja auch nicht genau eine Million sein. Also ich gucke einfach mal. Und, ähm, ja, cool. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon darauf. Ähm, ich weiß auch noch gar nicht, ehrlich gesagt, in wen ich die Blutpunkte investiere. Weil, ich weiß nicht, ich könnte sie einfach noch weiter in meine Überlebenden investieren. Und die alle mal ein bisschen weiter hochleveln noch. Oder ich investiere sie halt in die Killer rein. Und da gibt es natürlich einiges zu investieren. Und da ich sowieso gern mehr Killer spiele, wäre das vielleicht das Sinnvollere. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr meint, was sinnvoller wäre. Aber es sinnvoll ist, alle Punkte in einen zu stecken oder einfach auf mehrere zu verteilen. Aber dann lohnt sich das irgendwie schon wieder gar nicht, wenn die jetzt mehrere verteilt, oder? Müsst ihr mal sagen. Na gut, dann nächstes Mal wieder mit Bex. Und ich freue mich auch schon darauf. Und, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.